Und vor der Stundenpause konnten wir ein paar Freispiele-Agata an. Schauen wir uns jetzt mal an. Zwei Euro Einsatz. Mal schauen, was da uns noch gönnt. Vier. Vier vom anderen Symbol wäre natürlich nett. Zwei. Das ist ja schon mal ein Anfang. Jawoll. Ach, kann ja noch was werden. Ja. 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 Oh, das hau den Geierrand. Vier oder fünf Mal. ja auch nicht das ist einfach mal 20 ja auch nicht ja 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 Zauwa! Oh, das ist noch etwas vernünftiger. Das ist schon wieder eilig hier. Tja, wer sich die Blödsinn ausgedacht hat. Schade, kein Vollbild-Geier. Genau, ihr habt alles her. 410. Warum nicht? Naja, einmal auszahlen bitte. Danke. Danke. Danke.